Ich bin Alina und eigentlich mache ich mit der Diana zusammen unsere Sendung Startrahmfair. Wir machen bei Horatz mit, weil wir dieses Semester ein Tutorial machen und haben uns gedacht, es wäre eigentlich mal ganz interessant, Radio zu machen. Und wir wollten es einfach mal ausprobieren. Unsere Sendung heißt Startrahmfair. Da geht es um Startups von und für Frauen. Wir denken einfach, dass über das Thema zu wenig gesprochen wird und wollen denen eine Plattform bieten. Wir denken, dass wir einfach ein neues Thema beleuchten, was für alle interessant ist und dass man auf Startups ein besonderes Augenmerk legen sollte. Unsere Sendung in drei Schlagworten wäre dynamisch, inspirierend und informationsgeladen. Wir stehen ja im Hintergrund im Hintergrund. Wir stehen ja im Hintergrund im Hintergrund und haben schlechten ein送ereinander und wir stehen ja im Hintergrund. Wir sind ja mein Intermode.